Am 23. und 24. März gibt es hier in Bejan Art Gallery ein Galerie-Event, was ich schon mal gemacht habe, fünfmal insgesamt. Das ist heute gemalt, morgen ausgestellt. Das heißt, wir malen heute zusammen Rakel-Technik und am Ende, am nächsten Tag werden diese ganzen Ergebnisse, diese Bilder ausgestellt. Das heißt, du hast eine Chance, in einer Galerie eine Vernissage mit den anderen Künstlern und Kreativen zu machen und die Bilder hängen hier eine Woche lang. Du kannst dich gerne anmelden, unten ist ja ein Link. Du folgst diesem Link und dann kannst du dich gerne anmelden. Es ist, wie gesagt, Ende März. In Hamburg sind es Ferien, in anderen Bundesländern glaube ich nicht, aber das kann uns nicht interessieren. Wir werden einen schönen Workshop zusammen machen, am nächsten Tag ausstellen. Es gibt ein paar Videos von vergangenen Veranstaltungen, kannst du dir gerne ansehen, wie das so abläuft und dann melde dich einfach an. Ich freue mich. und jetzt sehen wir mal, bis zum nächsten Tag. Untertitelung. BR 2018